Sehr geehrter Herr Minister Tonne, sehr geehrter Herr Kenner, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie zum Tag der politischen Bildung Niedersachsen begrüßen zu dürfen. In diesem Jahr geschieht dies auf digitalem Wege aus dem niedersächsischen Landtag. Die Tagung stellt ein aktuelles und relevantes Thema in den Mittelpunkt, Autoritarismus. Was heißt es für unsere Gesellschaft, wenn 20 bis 30 Prozent der Menschen in unserer Demokratie anfällig fürs Autoritäre sind, wie die Leipziger Autoritarismusstudie, einem viel beachteten Barometer politischer Einstellungen in Deutschland 2018 konstatiert? Bald werden die Ergebnisse für das Jahr 2020 vorliegen. Wir dürfen gespannt sein. Die Faszination des Autoritären, wie es Bundespräsident Steinmeier kürzlich in einer Rede zur Zukunft der Demokratie nannte, ist nicht nur in Deutschland zu beobachten. In vielen Teilen der Welt, auch mitten in Europa, scheinen liberale Demokratien auf dem Rückzug zu sein. Staaten wie Russland, China, die Türkei oder Ungarn, die vor Jahren noch auf dem Weg zu freiheitlicheren Gesellschaften schienen, haben die Richtung gewechselt, hin zu autoritären Strukturen. Nationalismus, Populismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus erscheinen zudem in einem Ausmaß auf der politischen Bühne, wie wir es nicht für möglich gehalten hätten. Auch die Hoffnung, zumindest die Staaten der Europäischen Union würden zu einer liberalen Einheit zusammenwachsen, hat sich nicht erfüllt. Die Bundesrepublik nimmt eine besondere Rolle in ihrer Haltung zum Autoritären ein. Autoritäre Einstellungen sind nicht erst seit kurzer Zeit Thema wissenschaftlicher Debatten. Ich erinnere an Adornos 1949 erschienene Studien zum autoritären Charakter oder an weitere Studien in den 50er oder 60er Jahren, die autoritäre Einstellungen in Zusammenhang mit Faschismus und Nationalsozialismus untersuchten. Nach den Verbrechen der NS-Zeit gehörte es in der Bundesrepublik zum demokratischen Konsens, dass Bürgerinnen und die Bürger zum kritischen Denken, zur Auseinandersetzung und zur Teilhabe an der Macht ermutigt werden sollten. Hoffnungen wurden dabei vor allem in die Bildung und die Erziehung zur Mündigkeit gelegt. Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler war ein wichtiger Aspekt des neuen Erziehungsideals nach 1945. Demokratie sollte als Lebensform schon in jungen Jahren erfahrbar werden. Ich erinnere hier an John Dewey's reformpädagogische Vorstellung von der Heranbildung mündiger und eigenständiger Bürger, die dabei wohl Pate stand. Wie schrieb der amerikanische Philosophenpädagoge, Demokratie ist mehr als eine Regierungsform. Sie ist in erster Linie eine Form des Zusammenlebens, der gemeinsamen und miteinander geteilten Erfahrung. Viele Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern der ersten Nachkriegsjahrzehnte waren zweifellos andere. Sie wurden nicht in alle wichtigen Entscheidungen an ihrer Schule einbezogen, hatten keine starke Stimme. In den 1960er und 1970er Jahren forderte dann die ihnen nachfolgende Generation in einer zweiten, radikaleren Form Beteiligung und zog Autoritäten deutlich in Zweifel. Was lange als gesellschaftlicher Konsens galt, dass autoritäres Erziehen, Regieren und Wirtschaften bedrohlich für eine demokratische Gesellschaft seien, dieser Konsens, so die Leipziger Studie, hat Risse bekommen. Zunehmend kommen auch aus der Mitte der Gesellschaft Forderungen nach autoritären. Dies hat viele Gründe, darunter sicherlich die Skepsis in die Problemlösungsfähigkeit etablierter Institutionen, das teils erodierende Vertrauen in Parteien, wachsende Unsicherheiten in den Lebensbiografien, eine zunehmende unübersichtliche erscheinende Welt und vieles mehr. Da erscheinen manchem politische Systeme attraktiv, die eben nicht auf einer Aushandlung von Interessen beruhen wie unsere parlamentarische Demokratie, sondern eben politische Systeme, die einer autoritär vorgegebenen Linie folgen. Meine Damen und Herren, eine sehr spannende Frage, die sicher auch von Ihnen heute diskutiert werden wird. Wie wirkt sich die Corona-Krise auf Tendenzen zum Autoritären aus? Werden diese beschleunigt oder erweisen sich Demokratien wie die unsere als resilient? Was wir zunächst beobachten, ist eine Polarisierung. Auf der einen Seite gibt es Bürgerinnen und Bürger, die Härte und durchgreifen, also autoritäres Regierungshandel einfordern. Andere dagegen sehen im Regieren mit Erlassen eine bedenkliche Stärkung der Exekutive und warnen davor, dass demokratisch gewählte Regierungen dem Charme des Autoritären zu erliegen drohen. Wiederum andere sehen sich in ihrem Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen gestärkt und meinen, dunkle Mächte hinter den Entscheidungen zu entdecken. Aktuelle wissenschaftliche Studien zeigen, in Deutschland glaubt mittlerweile jeder Vierte und jede Vierte an Verschwörungsmythen. Diese stellen oftmals die demokratische Grundordnung und grundlegende Menschenrechte in Frage. Einige enthalten rassistische oder antisemitische Stereotype. Ein spannendes Thema auch ihrer Tagung. Auch wenn ich die Einschätzung von Politikwissenschaftlern wie Zieblatt und anderen teile, dass Demokratien wie Deutschland die Corona-Krise besser meistern als autoritäre Systeme und das Autoritäre an Faszination verloren hat, so sehe ich doch die Polarisierung in der Auseinandersetzung um den richtigen Umgang mit der Corona-Krise mit Sorge. Wie können wir zu einem Dialog zurückfinden, der Fakten von Fiktionen trennt, der menschenverachtenden Äußerungen entschlossen gegenüber tritt? Ein Dialog, in dem Ängste und Herausforderungen, ja auch die Zumutungen unserer Gegenwart offen angesprochen werden. Wie werben wir gleichzeitig für Verständnis, dass die Antworten, die wir geben, vorläufig sind, sich wandeln, sich als Irrtum herausstellen können? Was führen wir ins Feld gegen das falsche Heilsversprechen des Autoritären? Eine Antwort ist aus meiner Sicht auf die Stärke einer Gesellschaft zu verweisen, in der die Mitglieder aneinander Hilfe und Solidarität entgegenbringen. Gerade dies lässt sich in der Corona-Pandemie beobachten. Auf meiner diesjährigen Sommerreise habe ich ehrenamtliche Besuch, die sich für andere eingesetzt haben und weiterhin engagieren. Das Angebot an Hilfe hat die Nachfrage deutlich überstiegen. Wenn Menschen erkennen, dass sie miteinander wirksam sind, sie einer übermächtig erscheinenden Gefahr gegenüber in einer tiefen Krise sich gegenseitig stützen, helfen können, dann wächst auch das Vertrauen in die Zivilgesellschaft. Und wenn gleichzeitig das Parlament als Korrektiv und Legitimation von Regierungshandeln positiv wahrgenommen wird, dann stärkt dies das Vertrauen in unsere Demokratie. Es liegt daher sowohl Gefahr als auch Chance für unser freiheitliches Gemeinwesen in der Corona-Pandemie. Wir als Politikerinnen und Politiker, aber auch Sie als Lehrerinnen und Lehrer tragen eine besondere Verantwortung, politisches und zivilgesellschaftliches Wissen sowie ein Verständnis demokratischer Strukturen und Prozesse zu vermitteln. Der niedersächsische Landtag begreift sich noch mehr als zuvor als wichtigen Ort der Demokratiebildung, gerade für die jüngere Generation. Kinder und Jugendlichen wollen wir Demokratiekompetenzen ermöglichen und sie auf dem Weg zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern begleiten und stärken. Wir erweitern daher unsere Angebote für Schulen. So wird demnächst das gemeinsam mit dem Kultusministerium entwickelte neue Bildungsprogramm Klasse Landtag an den Start gehen. Es soll Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen und Schulformen erreichen. Zudem erhalten auf unserem neuen Internetauftritt und in unseren Social-Media-Kanälen Kinder und Jugendlichen noch mehr aufbereitete Informationen und Hinweise als zuvor, wie sie sich beteiligen können. Auch Sie, verehrte Lehrkräfte, möchte ich einladen in unser Haus. Der Landtag steht Ihnen und Ihren Klassen als Lern- und Erfahrungsraum der Demokratie jederzeit offen. Gemeinsam können wir nach Antworten auf Fragen wie diesen suchen. Wie kann die junge Generation gestärkt werden gegen Verschwörungstheorien, gegen Rassismus oder Antisemitismus, gegen Hass? Wie gehen wir mit denjenigen um, die auf ihren Verschwörungsmythen beharren? Auch die Tagung heute sucht Antworten auf diese Fragen. Ich wünsche Ihnen spannende Diskussionen und weiterhin viel Erfolg für Ihr wertvolles Engagement für die politische Bildung, für das ich Ihnen herzlich danke. Mag unsere Demokratie auch eine stete Baustelle sein, beim Flirt mit dem Autoritären können wir nur verlieren. Seien wir gemeinsam wachsam. Vielen Dank.